Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achimund. Das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 27. Dezember. Ja, Weihnachten ist vorbei und über die Weihnachtstage war gar nicht mal so viel an News, aber ein paar habe ich zusammenbekommen. Und daher haben wir heute dabei Elon Musk, Julian Assange, Edward Snowden und der Echo Dot. Gut, ja, fangen wir mit Elon Musk an, beziehungsweise Tesla. Denn Elon Musk hat auf Twitter gefragt, wie Tesla sich denn verbessern könnte. Und unter anderem hat ein Follower ihm gefragt oder gesagt, Tesla sollte doch einen Pickup-Truck anbieten. Pickup-Trucks, das sind die amerikanischen sehr populären Autos, wo vorne eine Fahrerkabine ist und hinten ist eine Ladefläche. Man sieht sie ab und zu auch mal in Deutschland, aber eher die Ausnahme. Aber in Amerika ist es natürlich eine ganz andere Thematik. Dort sind die sehr beliebt. Und Elon Musk hat gesagt, dass Tesla und er und sein Team schon seit fünf Jahren daran denken, so einen Pickup-Truck zu machen. Und er verspricht, dass das angegangen wird, direkt nach dem Model Y, das ja bereits angekündigt ist. Und das Model Y, das ist so ein kleiner Crossover-SUV. Und danach geht es dann rein mit Pickup. Gehen wir zum nächsten Thema. Julian Assange. Ich hoffe, das spreche ich mal korrekt aus. Aber das ist der Typ, der hinter Wikileaks steht. Also der Gründer von Wikileaks. Der ja unter anderem halt auch wegen ein paar anderer Sachen gesucht wird. Von der Polizei und im Exil ist. In einer Botschaft von, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, welche Botschaft das ist. Aber jedenfalls in London, glaube ich. Der, was heißt der? Bzw. dem sein Twitter-Account ist am Heiligabend einfach offline gegangen. Wer ihm gefolgt hat, hat danach nur noch ein Sorry that page doesn't exist bekommen. Und viele haben sich gewundert. Aber über Weihnachten ist der Account dann auch wieder aufgetaucht. Hat ein paar Follower verloren gehabt. Aber er ist wieder da. So richtig genau weiß keiner, was passiert ist. In der Zwischenzeit gab es überraschenderweise, das war jetzt ironisch, natürlich nicht überraschenderweise, auch einen Account, der sich als diesen Account von Julian Assange ausgegeben hat. Aber das war dann wohl auch wieder nur so ein Trittbettfahrer, der seinen Spaß haben wollte. Ansonsten, was dahinter steckt, keiner weiß es. Und kommen wir zur nächsten Person. Das ist Edward Snowden. Hängt ja auch so ein bisschen mit Wikileaks zusammen. Der hat ja damals dem Julian Assange auch die DART zugespielt. Der ist ja auch durchaus im Exil. Und ja, der ist aber auch beschäftigt. Denn der hat jetzt eine neue App rausgebracht. Und die App heißt Haven. Und Haven macht aus jedem Android-Phone ein Überwachungssystem. Er ist auch gerade dafür gedacht, dass man alte Geräte, die man vielleicht nicht mehr nutzt, neu einsetzen kann. Und dann nutzt die App die ganzen Sensoren, die da drin sind. Und ja, überwacht damit Räume und auch das Stromsystem teilweise. Man kann da wohl sehr viel mit machen. Ist auch nicht so eingängig für End-User gedacht. Muss man sich wohl ein bisschen reinarbeiten. Und sie sagen, sie wollen die App auch noch für Apple rausbringen. Und wer da Bock drauf hat, der kann sich da mal den Artikel auf Englisch von TechCrunch angucken. Beziehungsweise durchlesen. Den ich in den Shownotes verlinkt habe. Und vielleicht ist es ja was für den einen oder anderen. Ja, und zum Ende kommen wir nochmal zu Amazon. Denn die haben jetzt, nachdem die Weihnachtssaison vorbei ist, ihre Listen rausgegeben, was denn gut verkauft worden ist von den Amazon-Produkten, aber auch generell. Und der ganz klare Gewinner über alle Kategorien ist der Amazon Echo Dot. Denn der hat sich bestens verkauft. Egal, ob es jetzt ein Amazon-Device ist oder auch genereübergreifend. Alles, was rausgegangen ist, es war ein Hit. Und ja, der kleine Echo Dot ist natürlich auch zum guten Preis angeboten worden. Und vielleicht habt ihr auch einen zu Hause. Ich habe unter anderem auch einen, aber nicht zu Weihnachten gekauft. Also ich fall da raus. Ja, und bevor ich das Thema jetzt noch ausweite, denn ja, damit beschließe ich nämlich jetzt die Sendung. Wie gesagt, es gab nicht so viel. Und ich bin gespannt, was wir morgen noch so haben. Freue mich auf euch. Hoffe, ihr habt eventuell frei. Und genießt die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Und sag einfach, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.